Für uns ist jetzt ziemlich schnell nächste Woche, weil wir das ja alles an unserem letzten gemeinsamen Tag hier wahrscheinlich drehen. Und jetzt nächste Woche, letzte Woche, vierte Woche, jetzt seht ihr die ganze Figur zusammen. Aber ich bin mir sicher, ihr habt nicht schon eine Folge drauf, ihr habt euch selber schon gefühlt. Vielleicht schickt ihr uns ja mal ein nettes Video, wie ihr die Figur tanzt. So, wir haben angefangen. Rundschritt. Halber Rundschritt. Jetzt cross body lead. Zweimal. Nach dem zweiten Mal ein erster Schritt. Eins, lauf, lauf, cha-cha. Zwei, lauf, lauf, cha-cha. Drei, sieh, dreh, cha-cha-cha. Öffnen, cha-cha-cha. Jetzt müssen wir mal wieder überlegen, was war denn die Woche davor? So. Weiter geht's Darmsoh und öffnen. Ach ja, haben wir das so. Darmsoh und Regensoh und Fenzen. Ja, wir haben diese schöne Darmsoh. Die ganze Darmsoh und Regensoh. Und jetzt kommt diese schöne Darmsoh, wo der Darmsoh ein bisschen mehr schmack ist, weil sie noch mal dreht. Wir öffnen, cha-cha die Hand ins Fenzen, cha-cha-cha. Achtung, links leicht, die Squat-Türm, dann voneinander wegtanzen und umdrehen. Die Hüfte. Jetzt. Kuka-Ratscha. Kuka-Ratscha. Dame dreht. Fertig. Aus. Fertig. Aus. So. Das war's jetzt von uns erstmal. Und ich hoffe, unsere Gasttrainer, die sich so freuen und für euch was zu tanzen, die werden euch auch viel, viel Spaß machen. Und wenn ihr uns vermisst, einfach mal reinschauen und gucken. Vielleicht finden wir auch noch ein paar alte Videos von Workshops und da wird sich dann den Kacki auch wieder ein bisschen tanzen, weil der hat ja leider jetzt keine Tanze. Ja und weiß ich. Und tanzt dann bald wieder mit uns hier im Saal. Tschüss. Tschüss.